Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Höflichen und vom Baustein. Heute möchten wir über die lustigen Dinge sprechen, die Anekdoten vom Bau. Also heute wird es mehr eine Unterhaltungssendung sein und wir haben versucht mal so alles chronologisch aufzulisten, was am Anfang so passiert ist und dann währenddessen und am Ende. Und ja, wir erzählen einfach mal so ein bisschen, was so lustig ist, alles passiert ist. Lehnt euch zurück und hört zu. Ju, wie hat das Ganze so angefangen? Was war so die erste Anekdote, wo du jetzt so gerade dran denkst? Ja, hallo von meiner Seite aus, wie immer. Wir haben natürlich angefangen hier mit dem Abriss und mit der Entkernung von dem Haus. Also hier waren ja auch noch teilweise alte Möbel drin, Fußböden eben rausgerissen, dann die Türen entfernt. Ja, war ziemlich viel Holz oder Sperrmüll, was man am Anfang zu entsorgen hatte. Voll nicht lustig. Jetzt sag doch mal. Und als wir das dann natürlich entsorgen wollten, sind wir erstmal auf einen Recyclinghof gefahren. Yes. Es gibt, ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, aber in Baden-Württemberg ist es so, dass man so Sperrmüllkarten bekommt, beziehungsweise in Stuttgart ist das. Da bekommt man jeder Haushalt zwei Stück im Jahr und dann kann man entweder den Sperrmüll abholen lassen oder man bringt ihn weg. Und dann haben wir die Sperrmüllkarte genommen, sind auf den Recyclinghof gefahren und dann die dort arbeiten, also... Die nette Dame. Die nette Dame. Ja, die war super sympathisch. Sehr sympathisch, ja. Die hat ihren Job sehr ernst genommen. Die macht ihn aber schon gut. Also ihr Chef ist, die ist bestimmt jeden Monat Mitarbeiterin des Monats. Die hängt so in ihrem Büro, in einem Container, was da, oder so am Tisch, hängt so eine Urkundemitarbeiterin des Monats. Die wird auch im Laserblick oder so genannt. Ja, weil wir hatten dann auch teilweise Parkett da drin, was man rausgerissen hat. Ach, in so Plastiktüten, oder? In Plastiktüten, genau. Und ich glaube, die kann durch die Plastiktüten hat die durchschauen können. Also die hat gewusst, was wo drin ist und wo was hin muss und was man nicht mit der Karte entsorgen darf und extra zahlen muss. Also es war dann jedes Mal spannend. Also wir waren das erste Mal dort, gell? Und dann haben wir das ganze Auto vollgeladen gehabt. So ein Kombi. Ja. Und wie waren das dann nochmal genau? Wir sind da hin. Wir sind da hin, dann haben wir gesagt, ja, wir haben jetzt ein Auto hier drin, voll mit den verschiedenen Sachen und ein bisschen Parkett und Türen und so weiter. Hat die überhaupt Hallo gesagt? Nee, Quatsch. Gibt's kein Hallo? Was haben sie dabei? Ja. Also teilweise muss man darum kämpfen, dass man Müll abgeben darf. Echt manchmal ein bisschen komisch, aber naja. Und haben dann natürlich auch gesagt, ja, wir haben jetzt halt noch mehr und würden nochmal kommen, ob das dann mit der Karte noch funktioniert und was? Ich muss auch sagen, der Ju und ich, wir haben wirklich die Gabe, aber das machen wir schon absichtlich, umso unfreundlicher jemand zu uns ist, gell? Das haben wir schon gut drin. Umso freundlicher werden wir zu den Leuten. Und das bringt die entweder total auf die Palme, genau, das ist das, was wir ja dann wollen. Oder völlig aus dem Konzept. Oder auch einmal werden sie komplett freundlich. Oder sie werden auch freundlich, ja. Genau, ja. Und die war trotzdem noch wie am Anfang. Die hat man nicht verändern können. Nee. Also das Zeug abgeladen, gell? Genau. Und das Witzige war, als wir das in den Container geworfen haben, war da nochmal so ein Bauhof-Mitarbeiter und der hatte irgendwie, hat vorher eine alte DVDs abgeladen, hatte uns gefragt, ob wir die DVDs haben wollen. Ja, genau. Und hat uns eine ganze Ladung DVDs geschickt. Und haben wir ein halbes Auto wieder mit alten DVDs mitgenommen. Junge, nee. Aber wir lassen uns auch alles andrehen, oder? Keine Ahnung. Aber wir wollten die so ein bisschen abziehen, gell? Oder wie war das? Aber die hat da... Ja, wir wollten halt nicht. Weil wir haben dann für den Parkettentsorgung, haben wir, glaube ich, extra zahlen müssen. Und wir wollten das halt mit dem, ja, mit dem Sperrmüll irgendwie mit entsorgen. Ja, wer macht das auch nicht? Ja, das waren jetzt nicht große Mengen, das waren jetzt so kleine Mengen, aber das war der völlig egal. So kurz nach der ganzen Recyclinghof-Geschichte mit der netten Frau und so, ging es ja dann weiter zum Abriss. Das mit der Badewanne, ne? Ja. Oh krass. Also das Haus 1960? Genau, hier waren drei Bäder drin, die teilweise waren ja die Wohnungen auch vermietet. Ja, und du darfst gerne weiter erzählen. Ich glaube, du bist noch drauf gestoßen. Ja, du bist schüchtern, gell? Du bist schüchtern. Ja, ein bisschen unangenehm. Ich bin drauf gestoßen? Nee. Weiß gar nicht mehr. Nee, nee, nee. Nee, das lag dann auf einmal da. Ja. Also wir haben, also der Ju hat zu dem Zeitpunkt eine Badewanne rausgerissen. Und, ähm, ja, mir ist es auch total unangenehm, was jetzt kommt. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, ja. Da lag tatsächlich ein schmutziges Heftchen irgendwie an der Seite von der Badewanne hinten an der Wand. Ja, die Badewanne, ich weiß nicht, vielleicht hat von euch jemand noch so ein älteres Bad. Also schmutziges Heftchen, jetzt denkt sich wahrscheinlich der eine oder andere, hä, was? Dann mach's halt sauber. Nee, also es war hier so nackte Mädels und so. Genau. Das, was man, äh, ja, damals wahrscheinlich, wenn sich da jemand relaxen will, sich anschaut. Aber war auch, glaubwürdig, wirklich so von den 70er-Jahren, wenn man sich sie so anschaut. Das war aus den 70ern. Kann sich, glaubwürdig, jeder vorstellen, wie die aussahen. Mega witzig. Ja, das war irgendwie in der Badewanne. Da lag da einfach ein Porno-Heft, Leute. Da lag da einfach ein Porno-Heft. Ähm, aus den 70ern. Ich war fassungslos. Erschreckend. Hat da einer versteckt in so einem Kontrollschacht in der Badewanne. Das ist ja Frau, das ist wahrscheinlich, nennt sich das für ein Typ. Direkt sympathisch. Ja. Ich hab's auch aufgehoben. Ich hab ja vorhin gesagt, also bevor wir das aufgenommen haben, hab ich gesagt, ey, lass uns das doch dann in Instagram hochladen. Dann guckt mich der Junge an und sagt, äh, Pornografie und so. Ich sag, ach so, shit, stimmt. Das fällt ja unter Pornografie. Also wir können's leider wahrscheinlich, was heißt leider wahrscheinlich, wir laden's nicht hoch, weil wir keinen Bock haben, dass dann Instagram gesperrt wird. Unser Profil gesperrt wird. Aber ein kleines Geheimnis, wenn es sehen wollt, schreibt uns einfach an. Genau. Kriegt man dann irgendwie hin. Ja, das war doch relativ amüsant. Ja. Und, äh. Das war nämlich auch, ist irgendwie noch nass geworden, weil in den Leitungen noch ein bisschen Wasser war und dann war das halt noch ein bisschen ekliger, weil das Heft so nass war und zusammengeklebt ist. Scheiße. Bist du sicher, dass es zusammengeklebt war? Egal. Nächstes Thema. Ja, Rutsche. Wo wir beim Abriss waren. Ähm. Hier waren ja drei, zwei große, oder zwei Kamine im Haus verbaut, die wir beide abgerissen haben. Und so Kaminsteine, ich weiß nicht, wer's weiß oder wer das schon mal gemacht hat, sind echt mega schwer. Und das haben wir uns, haben wir auch überlegt, wie wir die eben dann vom ersten Stock nach unten bekommen. Von irgendeinem Baumarkt haben wir dann so eine Rutsche? Das sind so Stücke, die du dann so ineinander hängst. Ne, die Kaminsteine haben wir ja über die Treppe runterrutschen lassen. Ach, stimmt. Ach du diebe Zeit. Ja. Da haben wir so Dielenbretter auf die Treppe gelegt und haben die dann einfach auf den Dielenbrettern runtergerutscht. Also, das war schon ein bisschen abenteuerlich. War mega schwer, ey. Ja. Da haben wir dann so ein Konstrukt gebaut, weil wir konnten dann nicht tragen. Die sind einfach, das war einfach krank, krank schwer. Und dann irgendwie einen Container unten rein gehievt. Und das waren schon viele. War das auch da, wo du uns anbrüllt hast? War das der Tag? Ne, das war mal, das war noch davor, stimmt genau. Im Dach waren ja so Sauerkrautplatten heißen die, umgangssprachlich. Also, ich habe jetzt vorhin nochmal geschaut, wie die richtig heißen. So holzwolle Leichtbauplatten sind das. Das hat man früher gebaut. Das ist, glaube ich, auch ein Dämmstoff oder so. Und das war im Dachgeschoss eben am Dach als Dämmmaterial verbaut. Haben wir natürlich alles runtergerissen, haben ja auch eine Eigenleistung gemacht. Und da hatte ich einen Container bestellt. Das war genau Samstagvormittags haben wir das gemacht. Die waren, glaube ich, schon größtenteils auch runtergerissen. Wir haben die eigentlich fast nur runtergetragen. Teilweise auch noch runtergerissen und runtergetragen. Wir waren auch relativ viele Helfer an dem Tag. Aber eben dann vom Dachgeschoss zwei Stockwerke nach unten und einen Container werfen. Von so einer ganzen Dachfläche ist schon einiges gewesen. Und ich hatte den Container so, dass der auch am Samstag wieder abgeholt wird. Und so Containerbetriebe arbeiten natürlich nicht so langsam stark. Das heißt, bis maximal 13 Uhr hatten wir Zeit, den Container zu füllen, weil dann der LKW wieder kam, um den Container abzuholen. Und wenn der LKW-Fahrer kommt, dann holt er auch das Ding ab. Dann wartet er nicht mehr. Genau. Ey, ich nehme das Ding jetzt mit, ich mache Feuer ab. Das ist mir völlig egal, der anher. Ja, genau so. Die verstehen da keinen Spaß. Muss man auch verstehen. Also, die wollen natürlich auch Feierabend haben. Aber dann wurde es natürlich hektisch so gegen halb eins. Waren noch relativ viel Platten oben. Juw dann so langsam unfreundlich. Dann werde ich unfreundlich zu meinen freiwilligen Helfern und gebe denen dann auch schon mal deutlich zu verstehen, dass sie jetzt doch mal schneller laufen sollen und nicht rumjammern sollen. Weil ich habe auch keinen Bock mehr und ich schwitze auch und mir tut auch alles weh. Aber das hilft eben nichts, wenn der LKW kommt. Weil ja, das war doch auch relativ witzig. Ja, du überpastest dann so ein bisschen. Aber alles gut. Also, ich glaube, du kannst das besser dann, weil ich sehe mich ja in dem Moment nicht. Ne, aber, also ich tue das dann zu trennen. Du hast ja in dem Moment recht. Und dann muss man halt laufen lassen, ja. Genau. Das Ding wird abgeholt, so. Und dann sage und gut ist, ja. Nimmt ja keiner persönlich. Ich meine, wenn du mit jemandem so reden kannst in dem Moment, dann sind das natürlich wir. Ja, ich glaube, ihr könnt das dann auch schon einordnen. Richtig. Aber wir wollen jetzt hier ja keine, ja, wir liegen uns ja gleich in den Arm. Mach mal weiter. Gott sei Dank ist ein Tisch dazwischen. Das war nämlich hier, wo wir uns, oder wo einer fast auf dem Boden gelegen wäre. Das war ziemlich genau an der Stelle, wo du jetzt nämlich auch sitzt. Als wir dann die Wände eingerissen haben, das waren auch, an dem Tag haben wir zwei auch hier gearbeitet. Da waren nun wir zwei da, ja. Stand hier noch eine Tür, eine Tür eben und ein Türsturz. Und so ein Türsturz ist ja massiver Beton mit Stahl innen drin. Und ja, den haben wir dann natürlich in einem Stück. Wollten wir den nach unten. Aber wie blöd, gell? Ich kann mich noch erinnern. Wir haben ja außenrum alles so rausgeballert. Ja, der war dann schon lose. Und dann haben wir ihn mit einem Stemmeisen. Und dann haben wir gesagt, lass uns den so auf die Leiter runter hieven. So, klar, so ein Türsturz für zwei. Wir sind ja zwei, beide Maschinen. Also tragen zu zweit, das geht schon, aber halt über Kopf. Ja, über Kopf, keine Chance. Umgreifen. Wir haben in dem Moment überhaupt nicht nachgedacht irgendwie. Also, okay, bei mir in Ordnung so, auch bei dir. Und ich wollte ihn halt nicht auf den Boden fallen lassen, weil da noch der Eschstrich war. Und den wollte ich ja nicht rausreißen. Deshalb sollte er schon relativ vorsichtig. Und wir nehmen das Ding raus. Wir haben noch so, ähm, auch noch so Dielenböden oder so Bretter auf zwei Leitern quergelegt, dass er da dann vielleicht drauf fällt oder dass wir da ablegen können. Wir wollten ablegen, ja. Ja, wir wollten ablegen, ey. Wie krank. Und dass wir in dem Moment geschalten haben und wirklich beide einfach das Ding losgelassen haben, einen Schritt zurückgegangen sind und es ist halt voll auf die Leiter gekracht. Ja. Auf dem Boden. Am Boden ist gar nichts passiert. Nee, ich glaube, die Leiter hat alles abgefangen. Aber dein Fuß war noch kurz daneben. Also, war mehr Glück als alles andere. Die Leiter kaputt, ja. Fuß, äh, umgeknickt. Sonst hätte es, glaube ich, dein Schienwein zertrümmert. Ja. Also, der Fuß von der Leiter ist umgeknickt. Mein Fuß war ganz. Jusen Fuß war ganz. Alles in Ordnung. Aber das hat einen Schlag lassen. Also, passt wirklich auf. Ähm, es ist natürlich witzig, aber... Hätte auch anders ausgehen können, ja. Es hätte auf jeden Fall. Und da hat nicht mehr viel gefehlt. Ja. Ja. Als dann der Abriss vorbei war und, ähm, wir dann hier auch verschiedene Baubesprechungen hatten, hatten wir auch mal eines Morgens, ähm, einen Termin für eine Baubesprechung. Zusammen mit dem Architekten und dem Fensterbauer. Ähm, Architekten, ich glaube, alle Architekten haben das Problem, dass sie seltenst pünktlich kommen. Der Architekt hat aber gesagt, ja, Montagmorgen, 8 Uhr passt, alles gut. 8 Uhr Baubesprechung, danach kann es dann weitergehen. So, 8 Uhr. Ich war da, Fensterbauer war da, wer fehlt? Architekt. Dann haben wir es schon gesagt, ja gut, der kommt ja immer mindestens 10 Minuten später, warte mal. Dann 8 Uhr 20, ich rufe ihn mal an, er geht nicht ran. 8 Uhr 30, nochmal angerufen, immer noch nicht ran. Dann war irgendwann 8 Uhr 45, dann ist er rangegangen und fragt so, ja, Herr Stein, was ist? Ja, wir haben eine Besprechung. Ach, er hat es komplett vergessen. Oh nein. Und alle waren da. Wir waren da und dann, ähm, wir haben dann, glaube ich, sogar noch gewartet auf ihn, ja. Er wohnt nicht weit von hier entfernt, aber. Kam er dann noch? Er kam dann noch, ja. Verschlafen, Haare verzaust, zerzaust. Ich weiß gar nicht mehr, außer, ja, nee, oder ausgeschlafen, aber, ja. Habt ihr dann erstmal alle ausgelacht, oder? Ja, war halt so. Einfach halt verpennt. Gut, das kann jedem mal passieren, dass man einen Termin verpennt, aber war schon relativ witzig dann auch im Nachhinein. Fühlt sich, glaube ich, für ihn bitterer an. Ja. Im Endeffekt, ne, für, also für dich. Gut, für den Handwerker natürlich auch blöd, weil der hätten derzeit auch irgendwas arbeiten können. Klar. Aber, ja, so ist es halt. Und wir hatten es ja vorhin von, ähm, dem, dem Türrahmen, oder wie heißt es nochmal? Türsturz. Vom Türsturz. Und nicht weit davon entfernt ist ja, ähm, der Stahlträger. Ja. Der ist jetzt da, wo die Türe mal war. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt in irgendeiner Folge. Mhm. Sag mal, nochmal kurz, hol mal nochmal aus. Ja, mit den Stahlträgern, das war auch so eine blöde Sache irgendwie, weil natürlich kann es auf so einer Baustelle erst dann weitergehen oder, ja, geht es dann erst weiter, wenn die Wände natürlich draußen sind und da, wo die Wände waren, stehen ja dann Spries und dann kommen die Stahlträger rein. Und erst dann kann natürlich alles wieder, ja, verputzt werden und so weiter. Und die Stahlträger kamen einfach nicht. Beziehungsweise der Handwerker, der die Stahlträger hat einbauen sollen, hat immer gesagt, ja, er hat sie in der Werkstatt liegen und er muss sie nur noch streichen und er kommt nächste Woche und baut sie ein. Und das war einfach, die nächste Woche, die ging, drei Wochen oder vier Wochen. Also immer wieder, ja, morgen und nächste Woche kommt er und, ja, das war dann echt ein bisschen blöd. Da platzt mir, Gott verdammt, nochmal der Kragen. Ja, aber wie die dann die Stahlträger hier rein haben, war auch ganz cool. Die haben sich dann ein Gerüst vor das Haus gebaut und dann haben sie per Flaschenzug die Stahlträger nach oben gezogen, durchs Fenster rein. Aber angemalt hat er die dann auch hier. Genau, angemalt hat er sie auch hier. Also, komplett halt. Er wollte ein bisschen Zweisamkeit mit den Stahlträgern. Ich weiß auch nicht. Aber Flaschenzug, also die haben das Ding hier hoch, wie mit einer Küchenplatte oder wie war das da? Ja, meine Küchenplatte, die ging ja hier auch nicht durch meine Tür. Das haben wir, glaube ich, schon mal in einer Folge erwähnt, dass die Türe ja so ein bisschen ums Eck geht, meine Eingangstüre. Und der Küchenplaner hat es auch nicht gemerkt, als er hier die Küche nochmal ausgemessen hat, dass da die Küchenplatte von der Kücheninsel nicht um das Eck rum geht. Ja, Ende vom Lied war dann, die, ja das Küchenstudio hat dann eben einen Kran organisiert und dann haben wir, sorry, gleich nochmal wegen dem Kran, aber die standen ja schon hier in der Treppe, die wollten ja hier hoch. Die haben die schon in der Hand gehabt, also es ist eine Steinarbeitsplatte, die ist echt mega schwer. Die waren zu dritt oder zu viert und man hat nur noch die Schreien hören und die waren einfach schon völlig am Ende und sind halt um das Eck rumgekommen. Dann haben sie die wieder zurücktragen müssen, wieder zurück in LKW und dann zwei, drei Wochen später kam dann ein Kran. Die Nachbarn glauben auch, ich habe sie nicht mehr alle. Und dann haben die einfach per Kran die Küchenarbeitsplatte auf den Balkon gestellt und dann eben über die Balkontür, das ist ja dann kein Problem gewesen, hier reingetragen. Wahnsinn. Ja, bloß weil sich da im Endeffekt einer vermisst, ne, am Anfang, leiden halt einfach, ich weiß nicht, waren die zu dritt, glaube ich waren die Jungs, leiden halt alle drei drunter, gell? Aber das war gut, ich habe dann auch nicht, ich habe den Kran nicht zahlen müssen zum Glück, weil es war ja nicht mein Fehler. Gott sei Dank. Ja. Wäre nicht billig geworden. Ja, aber über das Balkon haben wir ja dann noch mehrere Geschichten, ich glaube mit dem Sofa. Mhm. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Genau. Mit deinem Onkel. Das haben wir auch dann mit meinem Onkel und mit dem Nachbar von unten, haben wir das ja, das Sofa, weil es auch nicht um das Eck ging in Treppenhaus, der dann auch über das Balkongeländer, an dem Balkongeländer waren mehrere Leitern befestigt und dann haben wir es da hochgezogen. Alles per Hand selber zusammen gebastelt und per Aufzug dann. Aber ging auch gut. Also im Endeffekt ist alles gut gegangen, kann man sagen. Ja, schon. Ja. Also es ging wirklich alles gut, Gott sei Dank. Es hätte auch viele schief gehen können. Ja. Gerade mit dem, hab ich schon wieder vergessen, Türrahmen. Türsturz. Türsturz. Türsturz, passt ja. Ja, aber was mir gerade noch einfällt, noch der eine Handwerker, den kennst du auch ganz gut, der immer kam und mit seinen Mitarbeitern und er redet eigentlich die ganze Zeit nur mit einem und trinkt gern Kaffee und ja, redet über Gott und die Welt mit einem und seine Mitarbeiter arbeiten die ganze Zeit und er lässt es sich halt gut gehen. Der unterhält sich gern, aber ein netter Typ. Aber ja, ich weiß auch nicht, dass die Mitarbeiter da nichts sagen, gell. Ja, das müssen die wissen im Endeffekt. Er hat halt seine, schon vielleicht vertraglich ausgemacht, im Vertrag steht, ich schwätze, du schaffe. Naja, so ist es halt und wir würden uns freuen, wenn ihr vielleicht sogar eure spannenden Geschichten, Anekdoten vom Bau uns auf Instagram schreibt und wir uns da so ein bisschen austauschen. Ja, genau. Und wir hoffen, dass das für euch so unterhaltsam war wie für uns und danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.